Mein Name ist Philipp Kinnberger und das ist mein Projekt QUINN. Ein Streichquartett ist für mich einer der schönsten und facettenreichsten Klangkörper, die es gibt. Besonders mit der Erweiterung nach unten in das tiefe Register durch den Kontrapass ergibt sich eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten. Die Ergänzung mit einem Klavier ruft das Ganze noch ab und bringt zusätzliche perkussive und melodische Elemente in die Musik. Das Ersemble gibt es seit 2015 und das Debütalbum, das gerade erschienen ist, ist ein Resultat. Er hat aus diesen letzten drei Jahren intensiver Arbeit pro Berau und auf der Bühne. Die Ergänzung mit einem Klavier ruft das Ganze noch ab und bringt zusätzliche Kraft. Die Ergänzung mit einem Klavier ruft das Ganze noch ab und bringt zusätzliche Kraft. Die Ergänzung mit einem Klavier ruft das Ganze noch ab und bringt zusätzliche Kraft. Die Ergänzung mit einem Klavier ruft das Ganze noch ab und bringt zusätzliche Kraft. Die Ergänzung mit einem Klavier ruft das Ganze noch ab und bringt zusätzliche Kraft. Musik zu schaffen, die über Genregrenzen hinausgeht. Es ist zeitgenössische, experimentierfreudige Musik. Es sind auch Elemente aus Jazz, Film und Folkmusik, die mich als Komponisten beeinflussen, die ihren Platz in meiner Musik finden. Ich bin sehr glücklich darüber, so großartige und motivierte Musiker gefunden zu haben, die mich sehr bei der Erarbeitung meiner Musik unterstützen. Das sind Tatjana Wurzer an Klavier, Raphael Casprian an der Geige, Emily Stewart an der Bratsche und Cornelia Perwein am Cello. Musik 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 Musik